In meiner Freizeit spiele ich in der Musikgesellschaft von meinem Wohnort mit. Euphonium ist mein Instrument. Wir sind ein grosser Musikverein mit ein wenig mehr als 40 Bläserinnen und Bläser, die uns die Fakt richtig umbauen. Grosse Freude dort mitspielen. Aber es ist eine Herausforderung, mit so vielen Leuten gemeinsam Musik zu machen. Eine unserer grössten Schwierigkeiten ist, dass alle Musikerinnen und Musiker am richtigen Ort mit der richtigen Lautstärke spielen. Es gibt in der Musik verschiedene Instrumentengruppen. Wir nennen die Register. Es gibt das Löteregister, das Saxofonregister, es gibt Tropeten, Posunentuben, Klarinetten usw. Schwierig ist jetzt eben, dass all die Register am entsprechenden Ort genügend Laut oder genügend Leisling spielen. Man muss wissen, ob man jetzt Melodiestimmen hat und ein wenig Läuten darf spielen oder ob man eine Begleitfunktion hat und ein wenig leisliger sein muss, damit man eben die Melodie nicht übertönt. Aber es passiert häufig, regelmässig an jeder Probe, dass irgendein Register denkt, wir sind besonders wichtig. Nehmen wir als Beispiel Posunen. Die denken, unsere Stelle ist wichtig und die geben Vollgas und Röhren so richtig hinein. Und dann werden sie vom Dirigent ermahnt und er sagt, Posunen, du müsst leisliger spielen an dieser Stelle. Die Arinetten haben hier die Melodie. Die sind nur Begleitung und nicht so wichtig. Das Gegenteil kommt auch vor. Dass sich nämlich Musiker zu wenig trauen, laut und selbstbewusst zu spielen. Dann braucht es vom Dirigent Ermutigung. Und er sagt zum Beispiel, querflöten. Sie spielen diese Stelle so wunderschön, aber bitte zeigen sie ein wenig mehr. Ein wenig mehr mit Überzeugung, ein wenig Läuten bitte. Das, was ich im Musikverein erlebe, das beobachte ich bei Menschen auch. Da gibt es auch solche, die immer mal wieder zu laut sind und meinen, dass ihre Stimme und Meinung besonders wichtig sind. Und andere, die trauen sich kaum, sich zu äussern. Auch wenn ihre Ansichten richtig und wichtig wären. Sie lassen sich von anderen übertönen. Zu welcher Gruppe gehörst du, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, auch eher? Bist du eher jemand, der tendenziell das Liesli ist und von den anderen übertönt wird? Oder gehörst du eher zu denen, die sich überall zu Wort melden und die Meinung laut und deutlich kommt, ob es jetzt passt oder nicht? Vielleicht können wir ja von der Musik ein wenig lernen. Nämlich, dass es beides braucht. Manchmal braucht es Mut und Selbstbewusstsein. Und man darf und man soll laut und deutlich sagen, was man denkt. Manchmal ist die eigene Meinung aber auch einfach nicht so wichtig. Manchmal sind wir nur Begleitung und nicht Melodiestimme. So wie in der Musik muss man auch im Leben zwischendurch leisliche Töne anschlagen und auf die anderen hören. Beides ist wichtig. Und so wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Freude und Vergnügen mit lauter und leisliger Musik hier auf musik.tv. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.